der gesetzte ist auf der rechten seite alting top drängt zwar nach und da ist der ehrentreffer mario gomess 1 zu 5 so richtig freude kommt nicht auf beim stuttgarter stürmer kopfball von lahnig und der pfeffer des nationalspielers mario gomess ein kleiner schönheitsfleck auf der bayernweste und der torjubel sagt er geht auch noch in die hose